Hallo und herzlich willkommen bei Ektowolle. Ich spiele jetzt eine Runde. Stray. Stray? Soll ich wieder ein Katzenspiel, kannst du rumspielen und kannst du eine Katze sein. Ist genau das richtige Spiel für mich. Ich bin jetzt eine Katze. Miau. So, ab geht's. So, ich muss auch erstmal Anwendung kopieren. Okay, dauert mal wieder ein bisschen. Bis gleich, bis es ins Spiel losgeht. Yay. Und es geht weiter. Update-Daten werden herunterladen. Nochmal wieder. Sechs Minuten. Na ja, ja. Geht auf jeden Fall gleich los. Es geht gleich los. Gleich geht's los. So, jetzt geht's endlich los. Jetzt kommt endlich Miete-Katze. Miete-Katze, 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 Miete-Katze. Okay, sie haben von der Miete-Katze. Miete-Katze, Katze, 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 Katze. Ich will Katze spielen. Einfach nur schwarzer Bildschirm. Geil. So spielen wir jetzt Katze. Wir spielen jetzt die versteckte Katze. Wo auf diesem Bild sehen wir eine Katze? Unten links. Ja. Nice. Sehr schön. Wuhu. Ich hab keine Ahnung. Ich hab mir nicht das Spiel irgendwie vorangeguckt oder sowas gar nicht. Dieses Spiel verwendet automatische Speicherfunktionen. Das ist schön für dich. Ach ja. So, gut. Äh. Justiere das Bild. Sehr schön. So viele Katzen muss ich sehen. Ach du Kacke. Justiere das Bild bis der Wert der linken Seite. Justiere den Wert bis das Bild auf der linken Seite verschwindet und das mittlere kaum noch zu sehen ist. Ach. So soll ich das machen. Okay. Das muss verschwinden. So oder was? Justiere den Wert bis das Bild auf der linken Seite verschwindet und das mittlere kaum noch zu sehen ist. Okay. Das ist so. Ja. Oder? So ist weg. So ist auf jeden Fall. Okay. Gut. Ja. Ich dachte jetzt ich muss das Ganze irgendwie sehen. Aber wenn ich es nicht sehen muss. Okay. Ja. Dann machen wir das Spiel starten. Ich will einfach mal sagen. Neues Spiel. Ich will ein neues Spiel machen. Ich habe das auch noch nicht vorgespielt oder so. Keine Ahnung was es ist. Keine Ahnung was ihr machen müsst. I don't know. Ich werde jetzt auch mal ein bisschen loszocken. Äh. Ja. Und einfach mal gucken was Phase ist so ungefähr. Entweder ist es geil. Oder ist es dann einfach nicht geil so ungefähr. Oder ist es weniger geil. Ich weiß es nicht. Ich glaube ich habe auch den falschen Controller verwendet. Sehe ich gerade. Scheiße. Ah. Ich habe nicht mehr Controller hier rumliegen. Ich denke jetzt mal. Warum ist der überhaupt leer? Das war ungefähr. Der war noch gar nicht so leer. Dann gucke ich jetzt gerade so auf meinen Controller. Warum ist der auch so geklebt? Ach. Scheiße. Kaputt. Also ich habe mir eine PS4 günstig gekauft. Ja. Es war zwei Controller. Und der eine Controller war jetzt schon ein bisschen halt. Ja. Da wurde ein bisschen rumgeraged. So habe ich mir gedacht. Scheiße. Egal. Da war ein bisschen. Taserfilm drüber und fertig so ungefähr. Ja. Jetzt habe ich den dann hier gerade an den Machen so ungefähr. Naja. Es scheint auch noch gut zu sein. Von daher. Ja. Das passt auf jeden Fall. Okay. Ich bin auf jeden Fall denke ich mal eine Mietzekatze. So grob im Ganzen. Ich bin vielleicht wie eine kleine Katze. Kann ich hier rumjaun. Kann ich auch miaun? Ja. Dreieck. Oh. Ich kann die mich hinlegen. Ja. Los. Ah. Spiel mit mir. Spiel mit mir. Wieso spielst du nicht mit mir? Komm. Ich verprügel dich jetzt. Ich verprügel dich. Okay. Ja. Lass uns gegenseitig hier rummuffeln. Cool. Das war es oder was? Kann ich mit dir machen? Ins Gesicht. Ins Gesicht. Einfach nur in die Fresse. In die Fresse jetzt. Ja. So kleinen süßen Mietzekatze mit mir spielen. Ist das süß. Sehr schön. Oh ja. Lass dich knuddeln. Wieso kommen wir nicht weiter knuddeln? So kann ich mich weiter bewegen. Sehr schön. Das kann ich mit dem machen. Hallo. Mh. Ja. Schleck mich an. Los. Mietzekatze. 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 Ich glaube hier kann ich nicht runter. Das ist ein bisschen schwierig gerade. Was möchte ich hier jetzt machen? Ich will mich nicht zu euch hinlegen. Jungs. Ich muss mich auch schneller gehen. Okay. Kann man nicht durch glaube ich. Kann ich mal neben dem springen oder so? Das war ja mit einem Tasten. So kann ich schnell laufen. Mit der zwei laufig schnell. Ups. Ich will nicht so schnell laufen. Wie will das hier gerade? Kann ich mich noch mit den hinlegen. Ja gut. Pendling. Nicht nur pendeln. Hervorragend. Es gewittert und wir müssen uns pendeln legen. Geile Sache. Das Spiel ist ja jetzt gerade mega so. Krass, krass, krass. Wenn das so klein und noch krasser wird so ungefähr. Dann wird es richtig hardcore so ungefähr. Dann können wir hier gar nichts mehr machen. Wie ein schwarzer Bildschirm. Das bedeutet wo ist die Katze? Wo ist... Oh. Das ist so ein cooles Bild. Oh Mietzekatze. Oh. Ich habe früher auch eine Mietzekatze. Aber die ist leider schon verstorben. Ich vermisse sie immer noch. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde Mietzekatze einfach toll. Manchmal kommt mir so ein Nachbar Mietzekatze einfach rein. Jetzt zieht sie bei mir vorne hin. Und schnurrt so lange bis sie was zu fressen gibt. Und dann geht sie wieder raus. Und manchmal knurrt die auch richtig lange mit mir. Und schnurrt einfach. Ich mache so Schnurren und Katzen und sowas. Oh. Ich finde Mietzekatze toll. Mietzekatze. Mietzekatze. Katze. Oh. Das ist so ein schönes Bild. Oh. Jetzt regnet das nicht mehr. Jetzt sitzen wir da alle gemeinsam. Gucken uns gegenseitig an. Und nennen uns alle Horst. Hallo Horst. Hallo Horst. Hallo Horst. Hallo Horst. Wie gehen wir so runter? Ach du Scheiße. Was geht denn jetzt ab? Jungs. Was macht ihr denn da? Wo geht ihr denn hin? Wo willst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn. Innerhalb der Mauer. Ja. Such dich Nord, Ost, Süd und West. Um dich anzuflehen. Nicht vorzugehen. Yeah. Und wenn ich nicht zu Anfang gleich mal runtergesprungen bin. Bam. Spiel zu Ende. Nein, das wäre gemein. Man sollte nicht probieren, die Katze unnötig kaputt zu machen oder so. Das ist doch cool. Die Katze springen dann immer wieder runter und landen dann immer wieder auf dem Foden. Katzen können sowas. Katzen sind klein, haarig und sie sehen aus wie nach Katzen. Katze. Oh, unten links ist die Katze. Ich habe die Katze gefunden. Katze. Katze. So, was machen wir jetzt? Ich will schnell laufen. Was mit Dings kann ich miauen? Miau jetzt? Miau? Miau ich mit dem. Mit dem war irgendwas anderes. Okay. Bei dem fokuss ich bestimmt die Dings Kamera wieder. Ja, okay. So kann ich mit dem jauen. Was ist mit dem? Bam. Geil, Mann. Wie geil. Ich bin voll die Katze. Ich bin eine Mietekatze. Ich will hochspringen. Zack. Mietekatze. Mietekatze. Gibt es denn Mäuse irgendwo? Gibt es aber nicht hoch. Nee. Wollen wir es mal klein schärfen erst mal. Warte, warte. Wie kann ich es weiter noch? Was kann ich da machen? Klein schärfen. R2, L2, R2, 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 R2. Ich muss die beiden zusammengedrücken. So muss ich die beiden zusammendrücken. Ich muss die beiden zusammendrücken. R2, L2. Das ist doch komisch hier alles. Zack. Zack. Ich kann hier irgendwie beide drücken. Hallo. Bam, 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 bam. Ich muss die ganz schnell hintereinander drücken. Geil, jetzt ist es ab. Jetzt geht es ab. Jetzt geht es ab. Jetzt geht es ab. Also jetzt geht die Party ab. Mein Controller ist schon voll am Rumballer. Hier, das reicht. Das reicht gut. So, ich habe den Kratzspunen dann lassen. Jungs, ich bin da. Mau. 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 Hier bist du hoch, Junge. Okay, machen wir das. Die Siegung. Ich bin da mit der Mieter zum Rücken. Trinken. Ich muss genau die ganzen Katzengeräusche auch machen. Okay, gut. Reicht. Weiter geht's, weiter geht's. Dann könnt ihr auch bestimmt wieder saufen. Saufen. Morgens, mittags, abends. Du witt. Saufen. Oh, ich würde nicht runterfallen. Nix. Saufen. Und hoch springen. Zack. Kann ich hier mit dem machen, Theodor? Hallo? Das Spiel hängt. Jetzt nicht mehr. Kann ich das machen? Oh ja, ich schnurre dich an. Los. Schleck mich an, du Sau. Tu es. Ja, geil. Okay, gut. Äh, das haben wir auch schon mal. Ähm. Ich denke mal, gerade Vögel oder Tauben oder sowas. Gibt's hier Feines? X. Ja, auch man muss immer für alles runter... Äh. X. Aber noch anders. Zack, hier rauf. Irgendwie weiter? Nee. Dann muss ich hier aber runter. Okay. Ja, ist ja gut. Chate, mach deine Wälder ein bisschen. Dann müssen wir anscheinend hier längst, ne? Okay, geht ab. Geht ab, ja. Ich bin voll dabei. Hey, oh, was geht ab? Wir feiern... Die kann ich nicht so direkt runterlaufen. Die kann ich nicht mal so runterlaufen, ist egal. Alles für X zurück. Okay, ist das... Ich will auch da hoch. Nein, nein, ich wollte nicht hier hoch. Ich wollte eigentlich da oben auf die Leiter, aber ich auch da war ich hoch. Zack, ja genau, da war ich hochgehalten. Ja, aber ich kann nicht schnell laufen, ist ja langweilig. Xer heizen und es funktioniert nicht. Okay, X. Zum Sprung. Alte zum Sprung. Ein Sprung aufgedrückt, ja, kriechen. Zack, zack. Zack, zack, zack. Boom, yeah. Ich weiß, wie es geht. Ich bin jetzt eine Katze. Ich bin komplett im Katzenmodus drin. Seht klein und haarig aus, aber so haarig bin ich gar nicht. So, zack. Kann ich ja nicht runterlaufen jetzt? Geht nicht. Also, Suizid ist schon mal... Kann man nicht, das ist schon mal sehr gut. Mein, die arme Katze. Los, Jungs, wir sind alle haarig. Lasst uns weitergehen. Zack, man muss immer X drücken, um irgendwo runterzukommen. Ah, hier auch. Alter, da kann man auch runterlaufen, man nicht. Auf geht's. Halt, was hast du hier? Ist hier. Irgendwas? Auch irgendwas jagen. Ich bin eine Katze. Ich kann jagen Sachen. Jagen Katzen. Oh, ach, hier kann man so durchlaufen. Geil, okay. Rücke L2, wenn du es anzuschauen. Ja, mach ich. Oh, okay. Ich bin so haarig mit den haarigen Ohren. Da guckt er. Ich meine, auch andere Mieze. Mieze, die ganze. Ich will miauen. Miaudo. Ich habe ein bisschen Scheißkontrolle kaputt, wenn ich mit mir nie hauen kann. Scheißegal. Also gut, hier müssen wir irgendwie weiter. Dann würde ich, glaube ich, hier erzielen. Aber da gehen lassen. Vielleicht gerne auch da oben weitergehen. Ich glaube, da oben hole ich nicht hin, Alter. Da muss man hier weitergehen. Alles gut. Ich weiß, es geht. Ich bin eine Katze. Zack. Hoch, runter. Zack. Bam, 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 bam. Und Katze. Katze. Oh, jetzt springen sie alle. Hops. Für mich ist das gleich. Bestimmt passiert jetzt hier. Bestimmt fährt die Katze gleich runter. Ein tragischer Moment wird gleich passieren. Ich sehe das schon kommen. Nein. Nein. Nein, ein tragischer Moment. Die kleine Mieze Katze ist von anderen Leuten jetzt getrennt. Jungs, helft doch der kleinen Mieze Katze. Mann, nein, nein. Ich muss, ich muss, ich muss auch hier für theatralisch sein. No. Jetzt ist die Mieze Katze von anderen getrennt. Oh, nein. Jetzt liegt sie irgendwo unten verwundet. Einsam und alleine und unten links war gerade die Katze. Das ist jetzt gerade so ein bisschen scheiße. Ja. Mieze. Ich komme mir gerade ein bisschen leid, obwohl das nur ins Spiel ist. Das ist ja gerade gemein. Das ist die Mieze hier. Ganz alleine muss sie jetzt rumlaufen. Okay. Nein, sie rumpelt auch noch. Mieze. Mieze. Versuch weiter zu laufen. Nein. Lauf weiter. Mieze. Was ist denn los? Mieze. Du schaffst das. Bewege dich weiter. Mieze. Oh, jetzt gerade mein, mein, ja, mein, ja, mein Vollmuskel ist ein bisschen ausgegangen. Sehr gut. Oha. Was kommt jetzt? Gibt es jetzt Hilfe für Mieze? Mieze Katze Hilfe. Ne? Was ging da jetzt rein? Irgendwelche Aliens oder was? Oh, es ist wieder ein schwarzer Bildschirm. Ein schwarzer Bildschirm sehen wir hier schon. Guck mal an, die arme Mieze Katze. Mieze, komm schon. Wir schaffen das. Wir schaffen das gemeinsam. Ich werde dich animieren. Ach, das kannst du wieder nochmal laufen, oder was? Die kannst du immer noch nicht. Mieze Katze, wir müssen, wir müssen, doch, das kannst du wieder nochmal laufen. Mieze Katze. Katze, Katze, Katze. Dann müssen wir rein. Dann gehen wir auch rein. Zack. Oh, was ist hier denn? Profil erhalten. Fehlsprung. Totenstadt. Ja, sehr schön. Die Totenstadt. Gut. Dann, äh, ja, ja, ja. Bin ich jetzt weiter oder nicht? Ich denke mal, ich gehe erstmal auf. Beende erstmal das Video und im nächsten Video gehen wir dann in die Totenstadt. Bam. Vom Fehlsprung zur Totenstadt. Yay. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Sagt ihr auch schon. Direkte Wolle. Tschüss. Tschüss.